hello friends jetzt hello infinites draußen kampagne wird durchgezogen ja ich freue mich ich hoffe ihr freut euch auch und wir starten in ein paar momenten rein nur einen kurzen augenblick dann geht es sofort los und wir können den vollen spiel spaß erleben enjoyen doppeltes audio super gut gemacht so okay so platen wir rein ins vergnügen fullscreen 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 okay so let's go hey mein ganzes overlay mein ganzes overlay okay so Brauch ich auch nicht. Und dich brauche ich. So. Ja. Let's go. Würde ich dann mal sagen. Würde ich dann mal sagen. Die Daten werden synchronisiert. Let's go. Schwierigkeit. Lauf kleiner Dämon. Empfehlen wir für Fans. Von Schakal-Scharfschützen. Was? Okay. Keine Ahnung, ob das so richtig ist, aber... Aber... Aber ja. Ja, da, 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 da... Dann... Warte. Jetzt. Schädel. Ich hab keine Schädel. Es beginnt. Verrätst du mir eins? Wenn du wüsstest, wie du stirbst... Wenn du wüsstest, wie du stirbst... Würdest du es wissen wollen? Ja. Ja. Was würdest du dann an deinem Leben verändern? Ja. Ja, so. Okay. Ja. 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 Nee. Ja. 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 Sie. Heiter. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Okay, Daddy, hör zu, sagst du hi? Und zeig dir, wie groß du bist. So groß. Gut, und jetzt sing. Wir sind in der Grube. Schön, wir sind. Und jetzt, du fehlst mir? Fehlst mir. Und hab dich lieb? Ich lieb, Daddy. Und, ja, gut. Sagst du, wir sehen uns bald? Wir sehen uns bald. Okay, und jetzt, bye. Signalverkampf. Signalverkampf. Kennungsdaten verbündet. Signalverkampf. Kennungsdaten verbündet. Signalverkampf. Kennungsdaten verbündet. Signalverkampf. Kennungsdaten verbündet. Hier spricht UNSC Pelican Echo 2016. Hören Sie mich. Hier spricht UNSC... ... compere Angez. ... Musik ... 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 Anscheinend sind die Energiezellen durch. Panzerung stillgelegt. Überlebensmodus aktiv. Ich versuche, ihn zu umgehen. Okay. Falls Sie mich da drin hören. Ich hoffe, Sie sind bereit. Bitte nicht sterben. Bitte. Nicht. Sterben. Die Schilde werden hochgefahren. Ja! 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 Es geht nach Hause! Willkommen zurück, Chief. Ich habe den Rest Energie in Ihren Anzug geleitet. Ich sehe einen Fehler auf der Kalibrierungsmatrix zumindest. Halte ich das für eine Kalibrierungsmatrix. Okay, dem Licht folgen. Hochsehen. Und jetzt runter. Sieht gut aus. Jetzt mal rechts. Fehlt nur noch links. Visierdaten und Motorik scheinen zu funktionieren. Aber es gibt wohl ein Problem mit den Servos in Ihren Händen. Bewegen Sie sie. Ganz ruhig. Sie waren ja ganz so weit hier da draußen. Irgendwo hier drin war doch was für eine Diagnose Ihrer Panzerung. Diese Verzählung kann ich nicht gefunden. Hey, 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 ganz ruhig, Großer. Sie sind... Lagebericht. Lagebericht? Was? Sie sollten das hier sehen, Chief. Erstmal einen kurzen Lagebericht. Dann können wir weitermachen. Es ist aus. Wir haben verloren. Für uns gibt es hier nichts mehr. Ich weiß nicht mal, wo hier ist. Nein. Nein, 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 nein. Nicht Sie. Nicht schon wieder. Wir müssen fliegen. Ich brauche eine Waffe. Eine Waffe? Mehr habe ich nicht. Das genügt. Moment mal. Was haben Sie jetzt vor? Improvisieren. Tür schließen. Okay. Die Hauptbatterien sind ausgefallen. Wir sitzen hier fest. Sie haben eine Kugel gegen eine ganze Armee. Was wollen Sie allein ausrichten? Ich sag doch. Es wird reichen. Sehe ich. Nein, nein, nein. Sie fahren den Stasistrahl hoch. Wir sind geliefert. Die Batterien sind jetzt. Die Batterien sind Ihr Job. Ich verschaffe uns Zeit. Irre. Sie haben es geschafft. Was jetzt? Was jetzt? Scannen durch Scannen werden. Deine aktuellen Ziele und zugehörigen Wegpunkte sowie Waffen mit aktiver Objekte. Sonnengegenstände in der Nähe. Angezeigt. Gehe in die UI. Spielmenü. Okay. Okay. Was jetzt? Solange der Stasistrahl aktiv ist, hängen wir fest. Schönen gehen ab. Stasistrahl. Waffen. Alles. Aber wie kommen Sie zurück? Mir fällt schon was ein. Feindliche Schippe Stasistrahl gefangen. Erste Scans ergebnislos. Truppe entsenden in Hangar 1. Menschen greifen an. Was? Eliminiert alle Überlebenden. Eliminieren. Chief. Was auch immer Sie vorhaben. Bitte schnell. Der Greifhaken ist ein verschließbarer Haken, der sich an Gegenstände befestigen lässt. Nutze ihn und ich an gegen eine schwere erreichbare Horte heranzen. Okay. Wir kennen den Greifhaken. Wohin muss ich? Da hoch. Komme ich da hoch? Okay. Greifhaken. Ach so, RB. Und der ist einfach mal immer da. Greifhaken ist mein bester Freund in der Kampagne. Oh nein. Oh nein. Ah, der Termo ist am Leben. Hörst du uns zu der Reihe nicht zu sich. Nicht in Ruhe. Nein, nein, nein. Der grüner Mann. Oh nein. 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 Was ist denn hier? Merkt euch sein Beispiel. Wir folgen uns niemals. Und wir knien nicht vor falschen Götzen. Wir stehen zusammen. Das... das Hologramm. Atriox. Er führte den Angriff auf die Infinity. Er suchte nach... irgendwas. Er... hat alle getötet. Ich weiß. Ich traf ihn. Wir sind die Verwandten. Okay, was? Knetische Munition. Was meinst du? Ich hab kein bisschen zugehört. Abruf Basis 763 Kapazität erreicht. Einsatz in Kürze. Energieextractor 256. Einsatz in Kürze. Sensor-Turm 334 beschädigt. Von der Leitung nehmen. Kürze. Koordinaten von Festung 55 erhalten. Sofortiger Einsatz. Die Achte nimmt sich auf. Was? Abruf Basis 662. Letzte Vorbereitungen beginnen. Landungsschiffe. Das ist eine Invasion. Wie sollen wir nur dagegen ankommen? Die haben doch schon gewonnen. Vielleicht sind hier draußen nur noch wir zwei übrig. Dann gibt es Hoffnung. All Workstation. 1 1 2 2 3 Da Protection 3 1 3 Im 1 3 1 2 1 Tier 3 das macht Spaß, oh das macht Spaß Headschutz zu verteilen. Oh yeah. Oh yeah. Okay. Ey, dieses Scannen ist so gut. Keiner von uns ist tot, halte den auf. Bei toter Kraft. Deswegen hab ich einen Helm. Und deswegen baller ich den Helm weg. Okay, ich muss noch zurecht kommen. Aber der Greifhaken ist immer da, mein Baby. Jawoll, Baby. Jawoll. 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 Ja. Kinetisch Plasma Schock. Oh, wow, wow. Hinter mir kommt er. Oh, no. Der hat mich geklebt. Ich habe die Verbunden gerettet. Der hat mich geklebt. Der hat mich geklebt. Wir müssen ihn aufhalten. Wer von der Bombe? König der Feindlinge. War das wirklich so einfach? Der beleidigt mich. Der ist definitiv tot. Ich auch? Wirklich? Fängt sie so an? Das war's. Hahaha. Nicht in den Kopf. Ich möchte nicht. Das war's. Wer bewegt sich weiter. Schon vorbei? Das war's? Wieso klebt es nicht? Wieso blässe ich ihn? Okay, wow, wow. Das ist doch nicht. Aha! Achtung! Der kommt runter! Die brauche ich nicht. Hab ihn verletzt. Das war ein Glitzleffer. Nicht aufgeben. Hey, Junge. Ich bin nämlich... Komisch. Nein. Das ist definitiv. Nein. Meine Resto. Was ist mit der? Probe Simulation. Die Stunde naht. Schon bald werden die Verwandten den Sieg erringen. Die Stunde naht. Atriox. Höre diese Worte. Über dieses Leben hinaus wird dein Wille geschehen. Deine Truppen besetzen den Ring. Und von bald steht er unter unserer Kontrolle. Die Menschen werden niederknien vor deinem Erde. Sie werden brennen. Von ihrem dreisten Widerstand bleibt nichts als Erinnerung. Versiedlicht in der Luft. Für die Verwandten. Notfertig. Wir haben ein neues Problem. Wir? Wir müssen hier verschwinden. Ich arbeite dran. Bitte schneller. Der Pelikan ist gleich an Bord und hat immer noch keinen Saft. Die dürfen mich nicht kriegen. Hallo, blessed. Uh oh. Wok. Ich bin Action der Groß. Oh, wer war das? Wieso hatte der so eine Panzer um? Wir müssen hier verschwinden Ich arbeite dran Bitte schneller Der Pelikan ist gleich an Bord Und hat immer noch keinen Saft Die dürfen mich nicht kriegen Bleib stehen Oh Ich finde dich, Spartan Was, wenn ich dich vorher finde Verwandten audio log eingesammelt Jedes log hat eine audiodatei mit dem Datenbocken geschlossen Ähm, okay Mit schwerem Herzen muss ich akzeptieren Im Herzen der Verwandten Das ist gesperrt Er fordert einen Hack Okay Und können Sie das? Oh Oh Is verlaufen Kühlleitungen zu den Hauptantrieben Und Ich halte uns etwas ein. Ich hasse den Senschild. Ich hasse den Senschild. Ich habe den Senschild. Was ist das? Es ist gar nichts passiert. Ich bin noch nicht fertig. Los, schneller. Ich sehe sie schon. Brutes, die Kampfzwerge. Die Ratten. Retten sie mich. Die Ratten? Nein. Nein. Diese verdammten Ratten. Ich bin noch nicht fertig. Los, schneller. Ich sehe sie schon. Brutes, die Kampfzwerge. Die warten. Retten sie mich. Bitte. Nicht, ich was essen. Ich habe den Senschild. Ihr habt ihn gehört. Feuerschutz. Du bist schwach. Du bist mein Liebes. Du bist dumm kaputt. Wow. Wow. Was war das? Der Kampf ist vorbei. Was war das? Ich bin noch nicht fertig. Los, schneller. Ich sehe sie schon. Brutes, die Kampfzwerge. Die warten. Retten sie mich. Bitte. Oha. Der eine schwächt mich. Ich bin noch nicht fertig. Ach komm. Ich bin noch nicht fertig. Los, schneller. Ich sehe sie schon. Brutes, die Kampfzwerge. Die warten. Retten sie mich. Bitte. Oh. Oh. Kommt. Keiner tot. Da. Iya. Ich sehe es. Ich sehe es. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. was war das ich weiß nicht das wird sie nicht wo zum f**k muss ich hin wo hoch wo hin Oh du Scheiße, wohin? Stoob to an NPD by Feltsenvoltsen. Black the burn fastener. Oh. Okay, 90 Sekunden bis zur Aufladung. Hoffentlich hält das Ding so lange durch. Ladet schneller! Ich habe keine Muni. Ich brauche Munition von irgendwo. Ich komme, Sean. Ich brauche Munition von irgendwo. Willkommen zurück, Chief. Okay, verschwinden wir. Tschüss. Geh, los geht's. Der Beginn in einer neuen Ära. Die UNSC Infinity auf. Die UNSC Infinity, Kürze, Superträger, Besatzung 7150, nicht gefunden. Nahfeldumgebungscan. 1.986 UNSC-Kennung. Status. Verstopp. Der Master Chief lebt. Patriots versicherte, er sei tot. Ist das kein Grund für Zau? Nein, ich bin von eurer Kraft durchströmt. Du versprachst uns Rache, Vorherrschaft, Erneuerung. Er gefährdet das alles. Stellst du mich etwa in Frage? Patriots Vision. Patriots ist tot. Wir werden nie wieder zu Kreuze gerissen. Nicht vor der Allianz. Den Propheten. Vor ihr. Dieser Ring wird in Stand gesetzt. Bitte. Dann habt ihr eure Rache. Schwertträger. Folge dem Spartan. Unbemerkt. Ich will alles über ihn wissen. Verbindung zur Panzerung angefragt. Annen. Verschlüsselte Nachricht. Lesen. Entschlüsselungsvorgang. Entschlüsselung unmöglich. Ursprung lokalisieren. Triangulierung läuft. Triangulierung läuft. Das war's, oder Chief? Wenn wir noch länger hierbleiben, kommen Sie zurück. Sie werden uns finden und töten. Wonach suchen Sie da? Signal lokalisiert. Wegpunkt geladen. Da ist nichts. Sie suchen an der falschen Stelle. Wir müssen nach Hause. Wegpunkt anzeigen. Mit der Umgehung der manuellen Steuerung. Tu es. Protopilot aktiviert. Halt! Was? Ist das Ihr Ernst? Was wollen wir da unten? Die Verbanden wollen uns auslöschen. Uns alle. Ja, und? Sollen wir sie etwa allein aufhalten? Ich sagte doch. Es ist aus. Wir brauchen Hilfe. Keine Helm-Taten. Nein. Wir tun unsere Pflicht. Die Menschheit schützen. Um jeden Preis. Ich kann nicht der Einzige sein. Wir treffen die Atmosphäre. Autopilot schaltet ab. Wir haben eine neue Mission. Welche? Was ist da unten? Eine Waffe. Eine Waffe? Wie viele Knarren brauchen Sie? Was ist los mit Ihnen? Ich nehme nie wieder in Sporten mit. Das ist eine furchtbare Idee. Die kommen uns holen. Sie alle. Angreifer, alle Richtungen. Es ist nicht sicher. Rückzug. Okay, okay. Wo, 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 wo. Achtung. Ein Verbandengeschwader ist auf dem Weg. Boah, wie ich diese Dinger hasse, Alter. Ich hasse diese. Verstecke mich hinter mein Schild. Ich verstecke mich hinter mein Schild. Ich will mich hinter mein Schild verstecken. Ach, komm, du Schildkraft. Ach, ja, okay. Umgelegt. Umgelegt. Ich hatte genügend Zeit, den mit dem Schild fertig zu machen. Wir müssen ins Wäge der Rüstung mit Feier. Noch mehr Einheiten. Oh. Ihre Waffe scheint was wert zu sein. Wir sind in Überzeugung. Abgriff. Vorsicht, Chief. Noch ein Landungschef in Ihrer Nähe. Dieser Ort sieht aus, als würde er sterben. Sich irgendwie ans Leben klammern. Oh no. Ich sollte mal besser auffassen, wo die Leute stehen. Also, wo steht der? Neben mir? Der wurde gespawnt. Vorsicht, Chief. Noch ein Landungsschiff in Ihrer Nähe. Zeit zu kämpfen. Dieser Ort sieht aus, als würde er sterben. Sich irgendwie ans Leben klammern. Ach du Scheiße. Ach du P... Was ist das? Das sagt es mir so oft. Das sagt es mir so oft. Wie kann das sein? Jeder Ring ist anders. Ich sehe einen Zugang in der Wand vor mir. Oh oh. Reingehen. Waffe finden. Dann können wir weg. Stimmt's? Ich gehe voraus. Gebt mir Weckung. Junge, sterbt doch. Oh oh. Mooney. Leute, kinetische Moni. 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 Moni, ohne Moni geht nix. Ich fass es nicht. Es ist wunderschön. Und kaputt. Wirklich. Wirklich kaputt. Ich muss weiter. Hier sind verwandten Schiffe. Überall. Heiß. Beleidig. Sieh's. Der Mensch! wie schattet diese leute Muni Okay, fuck off Oh Oh Bin ich gut Seid ruhig Nicht gut Oh, der hat mich trotzdem Oh Oh Uhhh... Wie ist das, Junge? Ja! Tschüss! Du schütztest, wie du sterbst. Wow. Ja.